Der Gorilla zog die Hand aus der Tasche und umklammerte einen kleinen Schlagstock, mit dem er sich langsam und rhythmisch auf den Oberschenkel klopfte. Nein, die Kirche kann wahrscheinlich nicht fehl tun. Aber die Untersuchung könnte auch Familie und Freunde einbeziehen. Halten Sie meine Frau daraus. Wenn die Maschinerie einmal läuft, dann läuft sie. Aber sie kann angehalten werden. Das kann sie. Aber woher soll ich wissen, dass sie nicht wieder startet? Er sah mich erleichtert an. Wir waren in eine Verhandlung eingetreten. Es wird nichts veröffentlicht. Wir erhalten die Bilder und die Negative. Und wann kann ich rauskommen? In 24 Stunden. Vielleicht etwas früher. Warum nicht jetzt gleich? Wir sollten zumindest so tun, als würden die Formalitäten eingehalten. Und außerdem wollen wir die Bilder und Negative gern in Händen halten, bevor wir die Sache fallen lassen. Wir wollen ja keine. Und das heißt überhaupt keine Berichterstattung. Morgen Vormittag bekommen Sie ein Telefon, dann können Sie das Nötige veranlassen. In Ordnung. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Er reichte mir die Hand. Ich drückte sie. Dann gab er mir eine Telefonnummer und ließ die Zigaretten und das Feuerzeug da. Sie gingen. Dann Message. Vielen Dank.